Willkommen zu einer neuen Folge Happy Wheels, heute mit euren Leveln. Wir fangen mit dem Level von Derbrecher an. GLP.TV Viel Spaß GLP und alle. Okay. GLP.TV, TV, TV. Hilf mir. Guckschlag. Achso, warum gerade kein Happy Wheels? Ähm, na. Kein TTT kommt, ja, es gab einfach keine neue Aufnahme. Aber, es kann sein, dass wir jetzt demnächst etwas Neues aufnehmen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das finden werdet. Sehr gespannt. Könnte schon übermorgen kommen. Eventuell. Ich weiß es nicht. Wisst ihr, das sind immer Sachen, die kann ich halt selber gar nicht einschätzen. Weil ich nicht der bin, der dafür verantwortlich ist dann in dem Moment. Denn es muss ja erstmal zustande kommen. Oh, das war dumm. Und, äh, da der andere mit involviert sind, kann man das eben schlecht beeinflussen. Tim hat, glaube ich, oh, Tim hat seinen Kopf verloren, geil. Ich werde da, boah, Alter, bau das doch nicht mehr ein, bitte. Das ist doch so überflüssig. Es ist ja noch nicht mal schwer, es ist einfach nur nervig. Oh, Mann. So. Geil. Wow. Very impressive. Really nice. Äh. Oh, oh. Äh. Nö. Ach so, okay. Achtung. Oh. Passt natürlich auf. So, und. Ha. Uck. Okay. Einfacher als gedacht. Da rein. Und. Ja. Oh, oh, mit dem Kopf voraus. Ich glaube, das ist nicht so toll. Hallo. Oh, ja. Äh, ich halb mich fest. Äh. Nice. Ja, doch, war ein nettes Level, auf jeden Fall. Der Brecher. Hast du, dass du brichst immer oft im Leben? Ich weiß es nicht. Das ist mein vieles Level für dich und ich bin erst elf. Äh, sorry, wenn ich was falsch schreibe. Von Bowser-Fan. Aua. Nochmal von vorne. Mann, ich blute bei einem Spiel. Ja. Aber, man muss sagen, für das Alter, hast du das schon mal vernünftig geschrieben. Besser als viele, sehr, sehr viele, 14, 15, 16, 17, von mir aus auch 18-Jährige. Und das waren auch, das war ein Level, was besser war, mit Sicherheit, als das, was viele 14, 15, 16, 17, 18-Jährige, 18-Jährige, äh, gemacht haben. So, dann von Torretin, 21, gp.tv-Maschine. Hallo, gp und andere. Dies ist mein zu selber, aber, okay. Da gehen wir rein. Das sieht doch schon mal interessant aus. Oh, was war das denn? Geht das? Ja, okay. Es klappt. Es klappt. Darf ich durch? Ja. Man kann, echt? Okay. Ich, ähm, wusste nicht, dass man noch Sachen verschwinden lassen kann, die man schon bewegt hat. Erst drücken, dann hier stehen bleiben. Okay. Ja, Domino Day. Oh, das ist cool. Krieg ich jetzt schon fünf Sterne von mir. Sowas solltet ihr viel öfter machen. Ich bin riesen Domino Fan. Domino Day Fan. Okay. Es geht rein, wird dann wahrscheinlich nach oben geballert. Okay. Ah, okay. Sollte mich das töten? Oder was war das? Ich weiß es nicht. Oder einfach nur Timmy stützen. Das ist doch nett. Richtig nett von dir. Trometin. Dann, Obstacle Run von The Birdle. The Birdle. Hallo, Gp und andere. Das ist mein erstes Level. Viel Spaß. Das werde ich haben. Ja. Das werde ich haben. Komm, fertig. Komm, fertig. Mal so als kleiner Teaser. Das habe ich ja schon auf Twitter gepostet. Ich werde heute bei Minecraft Leben etwas Tolles finden. Und ich bin sehr gespannt. Ich weiß noch selber nicht, wie es ausgehen wird. Denn ich habe das in zwei Parts gesplittet. Und hat der Rest dann nicht aufgenommen. Weil es da eine kleine Komplikation gibt. Dazu dann aber morgen mehr. Ich hoffe, ich habe euch jetzt geil gemacht. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Okay. Das ist schon mal toll. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay. Da kann ich hin? Das ist scheiße. Oh, nee. Komm, sag ich das. Guck ich was in den Arsch. Open the door. Open your eyes. I see. Oh, oh, oh. Das war knapp. That was close. Really close. Davon hatte ich schon ewig kein Ovo mehr. Nein. Your eyes are open. The sky is... Guide to the ocean. Wenn ihr das nicht kennen solltet, guckt einfach mal nach... Robot Unicorn Attack. Davon habe ich zwei Parts, glaube ich, hochgeladen. Von zwei verschiedenen Robot Unicorn Attack Spielen. Und da kommt das Lied. Wunder, dass ich dafür noch kein Copyright-O-Claim bekommen habe. Wenn ich so drüber nachdenke. Eigentlich ist es ziemlich naiv von mir das hochzuladen. Na egal. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Aufpassen, aufpassen. So. Warte, also. Ich muss jetzt einfach nichts nachpassen. Oh, 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 oh. Oh, ja. Schon wieder derselbe Fehler. Was ist denn los hier? Was ist denn los? Oh, 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 oh. Und bin drin. Geil. Es könnte schief gehen. Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott sei Dank. Man, wie soll ich das denn schaffen? Warte mal. Kann ich? Alter, jetzt aber nicht. Das geht. Bitte nicht. Alter, das müsste gehen. Das ist doch nicht dein fucking Ernst. Ja, man muss es genau treffen, aber man kann es schaffen, indem man einfach ganz normal nach vorne drückt Jetzt hab ich doch eigentlich getroffen Hä? Was war das, du? Alter, kannst du jetzt mal bitte einmal gegen klatschen? Gut, doch nicht Hä? Ah, geht doch Wunder, dass ich da meinen Kopf nicht irgendwie verloren hab Aber ich find's toll Freeze Fall Oh, 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 oh Das war knapp, aber ich hab's geschafft, weil ich gut bin Dann gehen wir einfach mal zum Level von Stone Rette Puffy Puffy wurde gefangen genommen, du musst es schaffen, ihn zu befreien Viel Erfolg Okay Geh mir Puffy, sonst wirst du sterben Mh, hä? Hä? Ach so, das sag ich zu dem Ah Macht irgendwie keinen Sinn, weil das da Ich versteh es nicht Direkt neben dem Typen steht Mann Ach, töd dich aber selber Wie sie sich immer selber killen, ne? Voll die Opfer Oh, oh Gott Hilf mir Hilf mir Hilf mir Was geht hier? Hallo? Ah, da reinballern Okay Und es kippt um Hä? Machen die das jetzt alle? Ist das irgendwie im Trend? Ist das der Selber Oh, 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 alter, alter, dass ich das überlebt habe Das ist schon krass Nein Nein Oh Gott Ich bin der Geist, der dir befeilt, Puffy herzugeben Also habe ich Puffy doch entführt Okay Als sie zu sterben Einige fallen werden dir den Weg versperren Und meine Truppe ist auch unterwegs Du meinst den alten Mann, den ich gerade schon getötet habe? Ja, da Achso, ein Geist Ah Oh Gott sei Dank Es hätte gut sein können, dass das Schwert existiert Aber Anscheinend nicht Geil Achtung Oh, 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 oh Achso Oh, so geht das Okay, ich warte erstmal Meiner hat irgendwie Das Bedürfnis zu tanzen Jetzt reicht es mir, Angriff Okay, zwischen seinen Beinen Die Frau tötet sich selber Finde ich gut Mann, ich habe echt Glück Was macht die denn? Was macht das denn? Schnell Flieg mich Was? Schnell flieg mich Puffy davon Mit Puffy davon Wahrscheinlich Oh, 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 oh Das könnte meine Beine brechen Und ich schaffe es nicht Oh, schade 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 Aber egal So könnt ihr auch mal ein Level entdecken War auf jeden Fall cool Hast du echt toll gebracht Jake Jake In the King Give me a favor and Schmix Viel Spaß Okay Bist du ich? Nee, ich habe einen Helm auf Du nicht? Also kann ich eigentlich du sein? Hä? Was ist das denn? Achso Okay, doch Es geht Es geht Tschüss Timmy Tschüss Tipp Mit gemäßigtem Tempo In den Booster reinfahren Und Vorderrad anheben Äh Kisselkorb Macho ist auch Das heißt Kisselkorb Ach, kein Problem für mich Kein Problem für mich Ich bin einfach so guter Spieler Looping Oh, oh, oh Ja Ja, ich habe Spaß Hurry Schnell Oh Gott Hilfe Hilf mir Tipp langsam Oh ja Ja Das hätte ich gerade Doppeltriggern können Und das wäre nicht so gut gewesen Glaube ich Tipp langsam Hm Ich merke schon Der Tipp war auf jeden Fall Sehr, sehr gut Ich muss heute schon sagen Ich glaube, das schaffe ich nicht Na, wie denn auch? Hä? Wie soll ich denn da herkommen? Nee Okay Okay, einen Versuch gebe ich dir noch Sowas sollte dir also Sachen, wo man Ich sag mal nicht, woran man schnell Ja doch Die schwierigsten Sachen Solltet ihr eigentlich eher Am Anfang platzieren Damit die Leute auch wirklich Lust auf euer Level haben Denn Jetzt renne ich hier durch diese nervige Kacke Die ja nicht schwer ist Sondern einfach nur Zeit Vergeudet Oh, scheiße Ähm Um dann nochmal dahin zu kommen Wo man eben eventuell scheitern kann Das hier ist ja auch nicht schwer Deswegen, das hättest du eigentlich Das ist schwer Oh, ich bin tot Okay, komm Noch ein Versuch Oh Das war sehr, sehr knapp Ich rush hier einfach durch Ich bin der Boss Äh, später Äh, später 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 Oh, ich fliege da vorne Äh Oh Gott Looping Ob man das auch schaffen würde Da unten einfach rein zu gehen Ich weiß es nicht Schnell Okay 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 Das ist Level Aber war trotzdem ganz nett Das war trotzdem ganz nett Äh Gep.tv Truck Von Äh Spielhunter Äh Nehmen wir mal die Frau Äh Hä Mein ist Level Äh Före ich Am Anfang bitte einmal Leertaste drücken Okay Äh Ja 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 Kann man machen Ich bin aber schon unsterblich Also so ziemlich Äh Oder auch nicht Äh Wolang Ah, da war es doch Nein, zurück Wie meine Füße da rumzittern Geil Ich wollte das eigentlich Kann ich das drehen Ne, kann ich nicht Und Ja Schön War trotzdem nett War nett Ein nettes Level Äh Gep.tv Mehr oder Von Minecraft Und Geekse Naja Ist das 3D Das werden wir jetzt sehen Na Nee Eigentlich Nicht, ne Warum macht niemand Ein Karussell 3D Hä Ich weiß nicht Was der Vorher will Oh, 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 oh Na ja Ja, na ja Gut, Leute Äh, sei das War's Guckt euch den Leben Part Von heute an Und dann sehen wir uns Da wieder Und dann hab ich Likes Tschüss Ja, na ja Und dann Bis zum nächsten Mal